Pfaffenhofener Lemberger Felix ist eigentlich unser Hauptwein, das sind wir eigentlich bekannten für, das ist der Wein, wo die größte Flaschenzahl dahinter steht bei uns im Weingut und das ist eigentlich mit auch unser Aushängeschild. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei uns auf dem Weingut. Dankeschön. Das Weingut ist hier in Pfaffenhofen. Pfaffenhofen, wo ist denn das genau? Gut, Pfaffenhofen ist ein kleines Weinort im Zabergäu. Man kann eigentlich sagen, so ganz grob 20 Kilometer westlich von Halbronn, die wir es nicht kennen. Ja, zwischen Halbronn und Pforzheim ziemlich in der Mitte. Und das Zabergäu ist eine sehr bekannte Weingegend. Mit elf Weinbau treibende Gemeinden und ist im Rahmen von Strom und Heuchelberg eigentlich ein sehr gutes Klima für den Weinbau. Ich habe ja vorhin in den Verbau gebracht, dass ich gesagt habe, Greichgau. Du hast mich fast gelüncht. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber Greichgau ist eigentlich schon badisch. Wir gehören noch zu Württemberg, also Weinbaugebiet Württemberg und sind so der westlichste Zipfel da davon. Das heißt, fünf bis zehn Kilometer weiter sind wir dann im Greichgau. Genau, genau. Gut, Rotweine, das hat eigentlich schon jeher Tradition hier. Einfach durch unsere Lagen, die wir haben. Und das ist auch unser höchstes Gut. Also unsere Weinberge und unsere Rebe, die Wurzeln in den Südhängen vom Heuchelberg, das sind sehr, sehr gute Weinlagen, sehr warm und gerade der wärmeliebende Lemberger findet hier natürlich perfekte Bedingungen für den Anbau und somit ist auch das unsere Hauptrebsorte, was aber auch ganz typisch ist hier für das Zabergäu. Wir haben natürlich aber auch noch Drollinger, klassisch der Drollinger für Württemberg, aber ganz wichtig für uns auch im Betrieb Spätbrück unter den Nerode und dann hat man auch noch ein paar besondere Sachen, Merlot, Cabernet Franc, Syrah, aber nur für einen Wein, so internationale Websorte. Weißt du, wo ich mich jetzt richtig drauf freue? Auf deinen Weingut kennenzulernen und deine Weine. Sollen wir mal los machen? Und los geht's. Reinhard, du hast hier vier verschiedene Flaschen Lemberger. Sind das Qualitätsstufen oder warum stehen da viermal Lemberger? Richtig, das sind alles unsere Lemberger, aber schon verschiedene Qualitäten. Wir haben eine Vierstufigkeit bei uns im Betrieb. Wir sind ja auch Mitglied im VDP und leben natürlich auch diese Qualitätspyramide, die VDP vorschreibt. Und da geht's bei uns eigentlich los mit dem Gutswein. Das sind schon sehr aussagekräftige Weine, die müssen aus eigenen Trauben stammen, also kein Zukauf natürlich. Hier jetzt bei uns, wir haben auf drei Gemarkungen unsere Reben, also Pfaffenhofen, Weiler und Güglinge. Und das können schon Weinberge sein, die man hier zusammenführt. Das ergibt so die Basis, aber das ist schon ein sehr, sehr guter Einstieg. Hier unseren Ortswein Lemberger, also 2021 Pfaffenhofen Lemberger. Das ist eine Rebfläche auf der Gemarkung Pfaffenhofen. Das sind schon etwas ältere Reben, so in der Hangmitte. Mit schon sehr gutem Terroir. Also da sind schon sehr viel Charakter in diesem Wein. Ein toller, qualitativ hochwertiger Lemberger. Und dann geht's natürlich hier ans Eigenbach, an unsere Lagenweine. Das ist hier unseren Pfaffenhofener Hohenberg, Lemberger Drogen. Das sind dann schon sehr, sehr gute Lagen, sehr gute Parzellen, hauptsächlich im oberen Bereich, auch im Schilfsandstein, sehr alte Weinberge mit sehr viel Terroir und einfach nochmal viel dichtere und aussagekräftigere Lemberger. Und dann noch unseren Spitzenberg. Das ist eine absolute Top-Lage für Lemberger. Das ist ein Südhang mit fast 60 Prozent Handneigung und natürlich auch eine sehr, sehr warme Lage. Und der bringt natürlich schon sehr, sehr viel Charakter und diese Lage verleiht dem Lemberger sehr viel Charakter. Und den probieren wir natürlich auch noch. Das ist klasse. Also man kann sagen, je mehr Gold, desto hochwertiger. Eigentlich ja. Man sieht es ja so an der Kapsel. Aber sag mal, da geht nichts mehr mit Maschinen, oder? Das muss man alles per Hand. Ja, generell bei uns. Also die Qualität wird natürlich in der Rebe gemacht, also draußen im Weinberg. Und wir sind auch biozertifiziert, arbeiten hier natürlich sehr, sehr naturnah. Und natürlich auch bei solchen Lagen, der Großteil unserer Lage ist zwischen 30 und 60 Prozent Handneigung. Da geht nicht immer Maschine. Also da muss schon gut Drogen sein, dass sie überhaupt befahrbar ist. Also bleibt viel Handarbeit. So, Rainer. Jetzt haben wir ja über Rotwein gesprochen. Aber du machst ja auch Weißwein hier, oder? Und da gibt es auch diese Stufungen, auch wieder von Weiß im Gold. Beim Riesling haben wir auch auf jeden Fall alle vier Stufen der Pyramide. Und da können wir jetzt schon mal, ich würde sagen, unser Hauptriesling ist unser Pfaffenhofener Riesling, also ein Ortswein. Unser Anna-Riesling. Und Anna geht eigentlich immer. Das ist ein sehr mineralischer Riesling. Der macht einfach Spaß. Den kann man zum Essen, kann so zum Gläschen Wein trinken. Wir probieren es. Allein der Name verführt ja schon zum Trinken. Und wir haben drei Weine, die nach unseren Kindern benannt sind. Felix, Louis, Anna. Und der Anna-Riesling produzieren wir hier auf der Gemarkung Pfaffenhofen. Das ist eine absolute Toplage auch für Riesling. Das sind genau gesagt eigentlich fünf Parzellen in unserem Müllberg. Das ist ein Gewann, wo wir auch unseren Riesling großes Gewächs produzieren. Das sind Lagen ganz oben im Schilf-Sandstein im oberen Gewann. Das sind sehr alte Anlagen. Die sind 1973 gepflanzt und mittlerweile 50 Jahre alt. Die ernten wir von Hand. Letztes Jahr haben wir zwei Durchgänge gemacht. Vorlese, Hauptlese. Da wird selektiert. Diese Ernte wird separat ausgebaut. Der Riesling wird dann spontan vergoren. Bleibt für ein halbes Jahr auf jeden Fall auf der Feinhefe. Wird immer auch mal wieder aufgerührt. Also ist ein sehr aussagekräftiger Riesling. Und die Anna studiert auch Weinbau, oder? Die studiert momentan gerade. Die hat letztes Jahr ihr Abi gemacht. Und macht gerade ein Weinbaustudium in Halbrot. Klasse. Klasse. Zum Wohlen. Klasse. Du hast hier ein sehr breites Spektrum von Aromen. Also man hat schon so auch grüner Apfel, Citrus. Das kommt eher von der frühere Ernte. Und hast aber auch ganz reife Komponente wie Ananas, Maracuja. Also das zeigt eigentlich schon von einer großen oder von einer hohen Reife. Das probieren wir mal. Was hat denn der an Säure? Das ist nicht viel, oder? Der hat schon so 6,5 Gramm Säure. Das ist aber bei uns typisch. Also unsere Rieslinge sind nicht säurereich. Aber du hast hier schon eine markante Säure, eine frische. Aber natürlich auch das Volumen, die Mineralität, was der Riesling hat. Der puffert natürlich auch die Säure sehr gut ab. Ah ja, also wunderbarer Wein. So, jetzt sind wir in deinem wunderbaren Weinfasskeller oder Halle oder wie sagt man dazu? Lager? Ja, für ein Fasslager, genau. Gut, hier sind Sie ja schon fast fertig, oder, wenn Sie da herkommen? Ja, das sind eigentlich Lagerfässer, klar. Hier lager, wir bauen eigentlich alle unsere Rotweine im Holzfass, klassischen Holzfass aus. Das hier sind klassisch die Bariks mit 228 Liter, eigentlich perfekte Lagerfelder für Lemberger. Hat eine schöne Oxidation, das brauchen wir einfach auch unsere Lemberger. Wir bauen die sehr ursprünglich klassisch aus, über unsere ganz klassische, traditionelle Maischegärung. Die bleiben da relativ lange auf der Maische liegen, haben schon auch einen knackigen Gerbstoff dann und die brauchen da einfach ein bisschen Oxidation, das kriegen Sie hier für über euer Holzfass. Das hier sind aber überwiegend unsere Basisweine, also Gutsweine und Ortsweine. Die Topweine liegen dann unten im Gewölbe in den Parkfässern. Haben wir uns auch angeschaut, aber hier ist es lichtmäßig einfach besser. Du hast uns jetzt einen Lemberger mitgebracht aus der mittleren Güteklasse. Ja, unser Pfaffenhofener Lemberger Felix ist eigentlich unser Hauptwein. Da sind wir eigentlich bekannt dafür. Das ist der Wein, wo die größte Flaschenzahl dahinter steht bei uns im Weingut. Und das ist eigentlich mit auch unser Aushängeschild der Lemberger. Den produzieren wir eigentlich schon von sehr, sehr guten Lemberger-Lagen. Die sind eher so in der Hangmitte, also Gipskäuber, Schilfsandsteine so im Übergang. Also das ist schon ein perfekter Boden für Lemberger, sehr mineralreich. Und das sind schon ältere Reben, so ab dem 15. Standjahr. Die Reben müssen einfach auch den Boden gut erschlossen haben, dass man die Dichte auch in den Wein bekommt. Und das ist eigentlich ein klassischer Lemberger hier für unsere Region. Und den probieren wir jetzt mal. Ich bin ganz gespannt. Tolle Gläser sind das übrigens. Ein ganz, ganz feiner Stil. Wunderbar. Ja gut, das ist unser Handwerkszeug, das Glas. Und ein guter Wein, der braucht natürlich auch gutes Glas. Was sind das für Gläser? Das sind Zaldo Gläser. Das sind Zaldo Gläser. Zaldo, jawohl. Zum Wohl. Boah, ich rieche Kirschen. Richtig, das ist eigentlich ganz typisch für unsere Lemberger. Und hier finden wir schon richtig dunkle Schwarzkirsche. Das zeigt einfach auch, dass die Trauben reif waren. Gepaart noch von einigen Gewürzen. So ein bisschen Gewürznelge, ein bisschen Kassis auch in der Nase. 13 Prozent Alkohol. Aber auch hier wieder im Geschmack geht es weiter mit das kirschige, würzige, ganz geschmeidiges Tannin. Schon kräftig Tannin, aber sehr weich, sehr reif, sehr rund. Und eine wunderschöne Mineralität und eine gute Länge, gut eingebundene Säure. Das ist auch ein Wein, der eigentlich perfekt noch drei, vier Jahre lagern kann. Also ich finde, dass der richtig genial ist und das mit jedem Franzosen auch aufnehmen kann oder Italiener. Ja, so schmeckt Lemberger. Das sind einfach auch unsere Laken hier im Heuchelberg. Da findet einfach der Lemberger schon ideale Bedingungen. Gibt es ein Synonym oder ein anderes Wort für Lemberger in Italien oder? Gut, wir nennen Lemberger, aber zum Beispiel in Österreich ist der Blaufränkisch. In Ungarn ist Kekfangosch, also das sind alle Synonyme vom Lemberger. Im Prinzip ist es genetisch das Gleiche. Okay. Ja, dann haben wir wieder einen Lemberger, oder? Das ist dann die oberste Stufe. Richtig, das ist jetzt unser großes Gewächs aus dem 2019er Jahrgang, unseren Spitzenberg. Das ist eine absolute Toplage für Lemberger. Das ist hier ein bisschen westlich, vielleicht 500 Meter von hier zwischen Pfaffenhofen und Weiler. Auch im oberen Gewann, reiner Schilfsandstein. Eine Lage mit fast 60 Prozent Hangneigung. Im Sommer wird es da richtig, richtig heiß. Der Berg hat noch so eine leichte Delle, wo die Sonne und die Hitze richtig stehen bleibt dann. Und so schmeckt der, der ist sehr tief, sehr dunkel. Und das probieren wir jetzt. Ja. Das sind schon alte Reben, die wir schon stark ertragsreduzieren. Wobei von Haus aus der Boden oben, der ist so karig, dass die Erträge von Haus aus gering sind und die Beeren relativ klein bleiben. Und somit auch einen recht hohen Schaleanteil im Verhältnis hat zum Saft und ist halt schon sehr, sehr konzentriert. Ja, auch. Das sind jetzt nochmal andere Gläser, oder? Ja, ich finde gerade meine großen Leppenberger, die trinke ich gerne aus einem Burgunderglas. Und der braucht einfach Volumen, dass er auch gut atmen kann und sich entfalten kann. Du hast hier schon ganz dunkles Rubinrot mit violetten Reflexen. Auch wieder Zaltogläser, oder? Ja, sind auch Zaltogläser. Boah, das ist sehr dunkel. Da hast du jetzt so richtig Schwarzkirsche, ein bisschen Kasis, noch ein bisschen rauchige Note. Hier hast du 40 Prozent mit Neuholz dabei. Aber sehr gutes Holz, das ist sehr gut integriert. Es steht nicht neben Wein, sondern unterstützt den Wein. Also Jahrgang 19 ist natürlich auch noch trotzdem sehr jung. Oh, der ist einfach ganz weich. Ja, da merkt man halt schon auch die Reife. Der hat schon sehr viel Tannin, aber sehr reifes, weiches Tannin. Noch eine gute Säure im Abgang, was ihm natürlich auch die Langlebigkeit verspricht. Und halt auch wieder viel Pfeffer im Geschmack. Die Schwarzkirsche, Kasis, so Gewürznelge, ganz typisch eigentlich für Lemberger. Natürlich schon ein großer Wein, der einige Jahre noch reifen sollte. Ideal trinkreif, wenn er mal so fünf bis acht Jahre auf der Flasche liegt. Also fünf Jahre haben wir jetzt, ne? Zum Wohl, Stefan. Zum Wohl. Ich habe noch eine Frage, du hast hier auf deinem T-Shirt das Wengert-Häusle. Ja. Sag mir, was hat es damit auf sich? Gut, wir bewirtschaften neben unserem Adler, wo wir ein paar Wochenende im Jahr geöffnet haben, aber auch noch in den Weinbergen ein Wengert-Häusle. Das ist eigentlich eine alte Geschirrhütte, wo wir ein bisschen restauriert haben. Und da tun wir in den Sommermonaten, sonntags, das machen aber unsere Kinder, das ist ein Konzept von unseren Kindern, die da bewirten und einen Weinausstand machen. Und das wird doch sehr, sehr gut angenommen für Radfahrer und Wanderer, also wenn das Wetter schön ist. Das heißt, ich kann mit meinem Fahrrad durch den Wengert fahren und komme dann wahrscheinlich einen schönen gepflasterten Weg oder getrenter Weg. Absolut, ja. Und komme dann an euren Hütte vorbei, kann die Notbremse ziehen und... Absolut, und ein gutes Gläschen Wein genießen. Aber vorher auf die Internetseite schauen, das ist nicht jeden Sonntag geöffnet, dass du nicht umsonst herfährst. Gibt es da auch ein bisschen so Brezeln oder sowas auch? Ja, mit einer Kleinigkeit zu essen, klar, da ist ein Grill draußen, da gibt es auf jeden Fall immer eine Wurst. Wir machen da schon auch Spezialitäten, also auch für Vegetarier. Da gibt es dann immer was, da gibt es schon so verschiedene Kleinigkeiten zu essen. Sehr schön. Und ein gutes Gläschen Wein. Und ein gutes Gläschen Wein. Ja. Jetzt sitzen wir ja hier in der Gastwirtschaft Adler, wo du gesagt hast, das kommt von einem Ururgroßvater noch. Und was hat es da, die Geschichte, was hat es da auf sich? Gut, das ist unseren Adler dann bewirtschaften meine Frau und ich immer noch ein paar Wochenende im Jahr. Ich nehme so regelmäßig, wie das meine Eltern und auch der Opa und der Urgroßvater früher gemacht haben. Das ist ziemlich so belassen, das wollen wir aber auch so, der Flair von dieser alten Gaststube. Und wir laden unsere Kundschaft, unsere Weinkundschaft zweimal im Jahr ein. Da machen wir zwei Soufflites. Das sind jeweils zwischen fünf und sechs Wochenende im Frühjahr, April, Mai, wenn die ersten Weißweine gefüllt sind. Und im Spätjahr dann, von Oktober bis Dezember sind es dann auch nochmal so sechs Wochenende, wo wir unsere Weinkunde einladen. Die können dann den Weineinkauf verbinden mit einer Eingere hier im Adler, mit einer späbischen Küche. Also klassisch, meine Frau Danette, die ist die Köchin. Da gibt es natürlich im Winterhalbjahr einen Rostbraten, Wildgerichte, was natürlich unseren Klassiker ist. Das ist immer ein knuspriges Spanfergel, das kommt eigentlich noch von früher. Wir sind eigentlich reines Weingut noch gar nicht so lange. Früher, der Opa und mein Vater, die haben früher einen landwirtschaftlichen Mischbetrieb, wie es eigentlich auch früher hier in der Gegend üblich war. Also mit Viehhaltung, Schweinezucht und Weinberge. Weinberge waren schon immer Tradition, wenn man hier für die Gaststätten verhielt, da hat der Opa früher Glasweiß, hat er das so verkauft. Der Vater hat dann erst begonnen mit der Flaschenwein-Vermarktung. Und von früher kommt auch noch das traditionelle Spanfergel. Und das wird auch nach wie vor, immer wenn wir aufhören, gibt es das. Und da haben wir schon einen sehr guten Ruf und da kommen die Leute dann von nah und fern zu mir essen. Im Frühjahr gibt es dann noch Spargel, wenn die Saison ist und ja. Und Weingut Wachstädter heißt es ja noch nicht schon immer, oder? Früher hat es halt einen anderen Namen dafür gehabt. Ja, mein Vater hat hier eingeeratet. Früher ist der Betrieb unter dem Familienname Kombé gelaufen. Also mein mutterischer Geborene Kombé und so war früher auch hier der Adler. So als kleines Schlusswort würde ich einfach noch sagen, ich habe viel wieder gelernt. auch über Rotweine und dass man einen fantastischen Rotwein auch im Schwäbischen erzeugen kann. Danke. Ja. Und ich wollte mich bei dir bedanken. Ich verlinke natürlich das Ganze in der Fußnote, in der Videobeschreibung. Somit können sich die Gäste gern bei dir draufgehen mit deiner Homepage dann. Das ist alles verlinkt. Willst du noch so ein Schlusswort an die Zuschauer richten? Ja, nochmal zuerst einmal an dich. Herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat viel Spaß gemacht, mit dir die Weine zu probieren und auch den Film zu drehen. Und noch an die Zuschauer, wenn sie mal hier in der Gegend sind, darf sie gern bei uns reinschauen, hier im Adler, wenn wir geöffnet haben, oder auch hier in der Winothek oder auch im Wengerthäuschen. Genießen Sie ein gutes Gläschen Wein. Auch hier in der Winothek stehen alle Weine für Sie bereit. Und wenn sie es nicht schaffen, hierher zu kommen. Wir haben natürlich auch im Internet einen Shop. Wir versenden auch unsere Weine. Viel Spaß und Dankeschön. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Untertitelung des ZDF, 2020